Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Soulmask. Schön, dass ihr da seid. Wir gucken Bäume beim Fällen zu. Ist okay. Ich hätte immer noch gerne Chilischoten, habe ich aber nicht. Ich habe jetzt letzte Folge wieder komplett mit den Pfeilen rumexperimentiert. Würde ich auch gerne eigentlich nochmal machen, weil... Wie ist mein Wasser? Weit weg, was ich das letzte Mal hatte. Das war echt ein bisschen schräg. Ich würde es nochmal versuchen, mit dem Wasserschwein irgendwo hinjagen. Na gut, vielleicht ist es jetzt wieder da, nachdem ich mich neu geladen habe. Wartet mal. Da ist es! Im Wasser! Oh mein Gott! Es wird ins Wasser gespawnt! Oh mein Gott! Und ich habe hier so Panik geschoben. Wassermenge. Ich mache mal kurz Wasserschweinfutter. Mal gucken, wenn ich das da reinpacke. Und ich wollte noch ein Wasserschwein holen. Bisher weiß ich, welches Geschlecht bist du denn? Kann ich wieder mit der Maske gucken? Ich brauche ja ein Männchen und Weibchen. Das wäre schon mal schön. Nö, kann ich nicht. Moment. Oh. Du bist weiblich und du? Auch weiblich. Ich brauche auf jeden Fall noch ein Männchen. So. Wasserschweinfutter. Okay, okay, okay. Es ist gar nicht so schlimm. Wir haben ja schon zwei Wasserschweine. Jetzt bräuchten wir nur noch mal ein Männliches dazu. Das wäre echt nett. Wasserschweinfutter. Kartoffel und Fasern. Das ist ja easy. Ich wette, die Erwachsenen, kann ich auch schon wieder mit irgendwas anderem füttern. Aber erstmal egal. Oh, sind mit den Kartoffeln doch nicht so easy? So sehe ich den Arm eigentlich nicht mehr. Ich gehe hier. Felt die, Felt die, Felt die. Hast du Kartoffeln? Nö. Wächst. Elf Minuten noch. Baumwolle hat er noch gemacht. Ja, gut. Das heißt, das mit dem Futter klappt doch nicht so gut. Ich würde einfach mal schauen, ob ich die auch vielleicht mit Stroh füttern kann. Nö. Da. Ich pumpe es jetzt einfach mal aus. Das Futter beschleunigt die Entwicklung, glaube ich. Zumindest hatte ich das so in den Kommentaren gelesen. Also zumindest war es bei den Alpacas so. Warum reicht mir hier aus? Was fressen die Viecher? Sehe ich das irgendwo? Das wirklich irgendwo lesen? Das ist jetzt echt ein bisschen ärgerlich, ne? Wasserschwein? Verfeinertes Wasserschweinfutter. Okay. Okay. Ich guck Kartoffeln. Scheiße. Ich weiß nicht, was ich denn sonst füttern soll. Ich kann ja mal was. Ich kann ja mal ein bisschen probieren. Pilze. Nüsse. Mais. Bananen. Geröstete Kartoffeln. Oh, geht geröstete Kartoffeln oder muss das hier vorne sein? Warte mal. Na, muss hier vorne sein. Ähm. Ja. Habt ihr Bock auf andere? Oh. Oh. Ja, du auch? Ja. Okay. Ah, na, das geht schon mal. Sehr gut. Wollen wir dich da jetzt wieder rausnehmen? Ausreichend. Ich mach mal ein paar Nüsse mit rein. Plan. Beziehungsweise, ich mach mal von jedem fünf. Vielleicht krieg ich dadurch einen Überblick, was die am liebsten essen. Ähm. Wenn ich dann, gut, ganz ehrlich, wenn ich erstmal die Kartoffelproduktion am Laufen habe, ist Wasserschweinfutter ja wirklich ein schlechter Witz. Fasern und Kartoffeln, also, das krieg ich hin. So, aufteilen. Aufteilen. So, fünf von einem und nach dem Stroh. Innerf wie um zwei Prozent. Oh. Gut. Ich hatte gerade schon ein bisschen Schiss. Ehrlich? Wir haben ja jetzt Kartoffeln angebaut. Das sollte sich von alleine regeln. So. Dann schnappen wir uns doch nochmal die mittlere Falle. Wie viel kostet denn das? Also 175 habe ich. Ach, fünf. Ja, gut. Ich würde es mal probieren, wie hier. Moment einmal. Mal. Ey. Na du? Falsche Richtung. Ganz selber lenken. Wie geil. Moment. Wir machen auch noch falsche Richtung. Ich glaube, ich habe Hunger. Nein, 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 nein. Genau. Ta-da. Genau. Und jetzt? Klar. Ach, es ist hinten wieder raus. Oh, du Schwein. Und hier am Rand was? Hallo. Genau. In die Richtung, bitte. Welches Geschlecht bist du eigentlich? Ach, noch ein Weibchen. Naja. Für die Wissenschaft. Geh auf, geh auf. Danke. Ach, schade. Nein, falsche Taste. Nein, 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 nein. Ich weiß, dass das so nicht vorgesehen ist. Gebe ich zu. Es macht mir aber Spaß. Das hält mich gerade wie bei Ark, wenn ich sie so ein Zimt-Giffig setzen will. Da links, da links, da links, da links. Jetzt noch ein bisschen nach links. Nein, das ist rechts. Ah, du Scheißvieh. Ja, 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 ja. Komm. Jetzt habe ich dich. Oder auch nicht. Ich gehe mal wieder ins Wasser spielen, genau. Ich kann dich auch füttern. Oh, bist du schnell im Wasser. Cool. Na, Kleiner? Kleine. Nein, nein, nein. 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 Vielleicht fütter ich dich doch. Wird schon schwummerig im Blick. Ich. Ach so, ich habe Heuschrecken dabei. Vergesst es. Und nochmal. Ich jag es nochmal in die Richtung. Wo ist es? Oh, Mann, ernst. Wo ist es? Da hinten. Falsche Richtung. Wo ist es? Warum man licht nicht mehr? Was ist das schweilend? Zumindest die Toten spawnen hier aber gerade nicht nach. Das finde ich ein bisschen schade. Ach, habe ich hier nicht deinen letzten Freund mitgenommen? In der Ecke, genau. Nein, 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 nein. Du sollst nicht da lang. Du misst viel. Andere Richtung. Wieso kann ich es denn einfach in die Hand nehmen? Genau da. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Besser. Ja? Nein. Böses Schwein. Böses Schwein. Babzer. Böses Schwein. Böse. Aber. Ja, ich versuche das jetzt noch einen kleinen Moment und dann... Guck dir nochmal anders. Ey, 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 nein, nein, nein. Ich werde in die Fallen bestimmt auch das Futter reinpacken, was ich in den Stall packen kann. Ich kann die ja mit Bananen füttern, oder? Äffjens, habt ihr Bananen? Yo. Ich glaube, ich kann die vielleicht auch mit Bananen ködern. Könnte mal probieren. Ja. Würdest du aber gerne einmal wieder in die Richtung schubsen? Falsche Richtung. Falsch. Los, Speedtempo. Los, los. Das ist okay. Ich glaube, das Große hat die gerade... Das hat mir gerade die Bananen weggefressen. Was ist los? Das hat mir die Bananen weggefressen. Nicht dein Ernst. Du Mist, wie? Du verdammtes Mist, wie? Ach so, warte mal. Mit der Klinge. Das geht ja nur mit der richtigen Klinge. Alle anderen Klingen haben ja null Effekt. Äh, Holzplatte, Stroh, Seil, Hartholz. Holzplatte. Seil. Eh, da war es, glaube ich. Und Hartholz. Stroh. Entschuldige bitte Welt, ich brauche wohl noch Stroh. Reparieren. Das Große hat mir das Futter daraus... Und wurde auch gefangen, aber konnte ich wieder nicht mitnehmen. Das ist wieder so. Ich habe so, was dieses Tierfang angeht, auch so ein paar... ...sagen wir mal Logikprobleme mit diesem Spiel. Definitiv. Das wiegt bei Weitem nicht so schwer wie das, was mich da bei der Automatisierung so stört. Aber es ist da. Definitiv. Wo ist das Wasserschweiger, eigentlich ist das da hinten? Gehst du bitte wieder an den See? Ja. Räumchen, vielleicht kommt das ja hier rein. Ich würde jetzt gerne tatsächlich wirklich nochmal nach einer Drute angucken. Das ist wohl ein wenig nerviger. Aber die kann ich ja genauso gut in diese Fallen locken. Oh, sechs. Ich muss nur welche finden. Ich muss nur respawnfeuerchen, genau. Aber geil. Ich glaube, wir sind in der Trutan-freien Zone gerade. Und über. Wunderschön. Das ist noch einer. Ach, echt jetzt? Okay. Kein Problem. Ja, nee. Nee, Waldhund wird hier nix. Nee. Gut. Und wenn wir bei 20 Minuten, bin ich jetzt 20 Minuten, Tim. Was ist das, schweilend, hergelaufen? Alter, ist okay, aber... Oh, das heißt aber, wir haben Kartoffeln. Das heißt, ich könnte auch wieder anständige Köder machen mit diesem Wasserschweinfutter. Oh, Mist. 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 Hä? Nein. 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 Das heißt, es ist ein Wasserschwein ist nachgespawnt. Es ist vom Himmel gefallen. Du bist aber ein Erwachsenes. Das heißt, ich beseitige dich. Wozu züchten, wenn man sie auch einfach hier regelmäßig nachspawn hat? Jetzt muss ich das Kleine aber mal wieder wegbringen hier. Oh, da könnte ich es doch schon wieder einfangen. Es ist so nah. Irgendwie habe ich hier eine ziemlich nervtwürdende Fliege. Ah ja, ist okay. Oh ja, hier ist eine Falle von mir. Hier ist eine Falle von mir. Nimm die. Nein, 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 nein. Nein. Es sieht mich. Oh, Wunder. Ich weiß gerade nicht, warum ich das so viel tue, aber ich habe einfach Spaß dran. Kann ich dich schlagen und dann rennst du woanders hin? Oh. Lauf, in die andere Richtung. Du müsstest schon in deinem See bleiben, das wäre echt nett. Ich glaube, wir haben es. Es läuft immer noch wie ein Idiot weg. Wir haben da jetzt zwei gegöterte Fallen stehen. Das ist kein Problem. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich schaue nochmal nach Hühnerfutter. Und Truthahn fände ich jetzt nämlich noch echt gut. Das war aber, glaube ich, mit Mais. Oh. Heuschrecke. Und Kartoffel. Oder Maismehl. Die Käfer drin. Ja. Maismehl. Ich finde, da sind Kartoffeln nachgewachsen. Das ist sehr gut. Ich mache mal kurz Maismehl. Das müsste ja hier dran gehen, ne? Maismehl tatsächlich. Machen wir mal sechs Stück. Ich fände es schön, wenn wir irgendwie einen Truthahn hinkriegen könnten, dass wir eine Truthahn-Zucht starten. Das ist doch nur das Prinzip. Wie schön, dass es auf Alchemie geht, ne? Ich kriege jeweils zwei raus. Hühnerfutter, ja, okay. Hühnerfutter, Strauß und Futter. Apropos Hühnerfutter. Glaub ich, glaube ich sollte mal Nahrung hinpacken. Hübser. Den Tod, an dem wir haben, dass er nicht verhungert. Ich versuch's mal mit Mais. Da bist du. Eins von 15. Nahrung reicht nicht aus. Möchtest du das haben? Nein. Dann gebe ich dir Hühnerfutter. Hast mich überzeugt. Ich mach noch mehr Hühnerfutter. Und ich glaube, ich hab auch so eine Zugstation in Auftrag gegeben. Die müsste ich auch irgendwo hinstellen können. Und dann könnte ich schon mal jemanden hinstellen lassen, der sich um die Viecher kümmert. Und vielleicht ein bisschen Kacke sammelt. Ist das schön, den Stiel vom Hammer fast im Gesicht zu haben, Klamotty? Nee, ne? Hm. Hab ich's nicht mitgenommen? Doch, Pierre. Der hat wohl Hunger. So. Möchtest du der Kacker mit? Nee. Irgendwo werden wir einen Truthahn hier in der Umgebung finden. Wir sind. Auch erst bei einer halben Stunde. Mann. Und ich hab schon wieder nicht drauf geachtet, was für ein Geschlecht unser Truthahn hat. Eber. Ich möchte auch nicht zu weit weg von der Base. Weil ich das Viecher sonst ewig weit tragen muss. Althund. Ich glaub, das ist der Witz für Jaguar, ne? Wie ich mir einen Jaguar fangen möchte. Wann, da tatsächlich. Oh, hi. Das wäre natürlich ein Projekt. Das wäre natürlich ein Projekt. Ich geh hier. Wie geh mir denn mal. Muss ich eine mittlere Falle mitnehmen. Halle, Foto und so? Ist da eine Falle mit Futter? Oh. Oh. ... Musik ... Jetzt blieb ich es einmal noch in die Richtung Schade, knapp dran vorbei Ich würde mir gerne Falle mitnehmen und das mit dem Leopard mal ausprobieren ... Musik ... ... Musik ... ... Musik ... ... Musik ... Ich müsste jetzt hier ein paar verteilt haben ... Musik ... 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 Das ist gruselig. Das ist furchtbar gruselig. Okay. Lass es uns stehen. Ich würde das mit dem Leoparden gerne mal versuchen. Das können wir beim nächsten Mal machen. Und irgendwie so langsam, aber sicher, kommen wir auch auf Bewusstseinstärke 25. Und sobald ich dann auch mit der Bronze-Rüstung loslegen kann, gibt es nochmal Ausflug zur Kaserne. Super. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Peace.